Moin Moin alle zusammen. Hier eine kleine Episode aus dem Leben eines italienischen Triebwagenführers hier auf dem ETA, Mitte der 50er Jahre und es stellt fest, dass er kurz vom Bahnhof keinen Saft mehr auf den Batterien hat. Also Spannung null, die Hände. Ja, dann ruft er erstmal den deutschen Schaffner. Hallo, Bernd. Ey, ich heiße nicht Bernd, ich heiße Björn. Ah, null Problemo, macht gar nichts. Los, geh mal zum Streckentelefon und ruf mal den ADLC an, dass wir hier endlich mal wieder von der Stelle kommen. Pronto. Avanti, Avanti. Ja, hallo. Ist dort der ADLC? Oh, ja, danke. Ja, ich habe ein Problem. Meine Batterien sind leer. Können Sie mir bitte einen Hilfzug vorbeischicken mit frischen Batterien? Das wäre nett. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ach ja, der ethienische Triebwagenführer heißt Francesco Volterra. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Bellissimo. Oh, Bellissimo. Wieder genüge Spannung auf die Batterie. Jetzt kann es aber wieder losgehen. Avanti, Avanti. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Palom Dale. Applaus So, der ETA erreicht nun endlich den Bahnhof Weikirch und die Mädels von der Brücke oben rufen dann schon, Hallo, Francesco, hier sind wir und ich sage jetzt auch Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.